Hallo, hier ist wieder Lutz. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der fantastischen Welt der Vitamine. Vitamine zählen zu den sogenannten Vitalstoffen. Zu diesen Vitalstoffen zählen neben Vitamine Mineralstoffe, Spurenelemente und Biostoffe, auch sekundäre Pflanzenstoffe genannt. Vitamine sind lebenswichtig für die chemische Reaktion und den Zellstoffwechsel in unserem Körper. Vitaminmangel kann unterschiedliche und vielfältige Krankheiten hervorrufen. Vitamine wirken besonders als Antioxidanz. Antioxidantien sind Elemente, die schädliche Stoffe in unserem Körper wie Bakterien, Metalle usw. eliminieren. Diese Stoffe werden auch freie Radikale genannt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Aufwand zu vermeiden.